Ja, natürlich war es zu Beginn auch für uns ganz schwierig, wir kannten uns untereinander nicht, wir kannten den Betrieb im Landtag nicht und dafür haben wir uns von Anfang an gut geschlagen. Mittlerweile sind wir etabliert, mittlerweile sind wir auch aufeinander ab- und eingestimmt und es funktioniert richtig gut und die zunehmende Akzeptanz unserer Arbeit im Landtag, aber auch außerhalb, stellt dies unter Beweis.